Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich schon seit Anfang Januar freue. Nein, wobei eigentlich schon ein bisschen länger, denn ihr wisst es, vielleicht auch nicht, ich war vor einem guten Monat mittlerweile schon, wie die Zeit rennt, in London und durfte Priyanka Chopra treffen. Die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe, hat mit Max Faktor eine komplette Kollektion rausgebracht und ich habe alle Produkte hier und ich will sie euch heute zeigen. Ganz, ganz wichtig, kein bezahltes Video, nur weil ich in London war und Priyanka kennengelernt habe, heißt das nicht, dass alle Produkte gut sind. Ich habe natürlich schon einige getestet, einfach, dass ich schon so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt und ich erzähle euch so ein bisschen was von meinem London-Trip von Priyanka und verrate euch, welche die liebste Farbe von der schönsten Frau der Welt ist. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Es ist sehr früh, es ist Montagmorgen, ich bin gut drauf, denn ich freue mich riesig. Wir haben so tolle Produkte und eine tolle Geschichte dahinter. Üblicherweise bei Limited Editions oder so ist es immer sehr fokussiert auf ein Farbthema, eine inspirative Quelle beispielsweise. Meine Palette war angelehnt an eine Festival Season oder die zweite Palette war so eine Everyday Palette. Priyanka hatte aber einen anderen Ansatz für ihre Kollektion und der war, dass sie Farben in die Produkte bringt, die für alle Ethnien funktionieren. Und das hat sie sehr, sehr gut auch in der Kampagne gezeigt. Es war eine sehr, sehr schöne Kampagne und demnach sind die Farben auch ein bisschen kräftiger. Und das finde ich mal ganz schön in der Drogerie zu sehen. Die Sachen sollten auch in den nächsten Tagen bei euch in die Drogerie kommen. Ich glaube sogar als extra Aufsteller, als extra Pappaufsteller, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort seht ihr auch so ein bisschen die Intention dahinter. Fand ich ganz spannend, weil die meistens in Drogerie-Kollektionen immer sehr schlicht sind und auch Max Faktor von der Farbwelt eher so ein bisschen reduzierter, erwachsener ist. Hier haben wir erwachsenes Packaging, aber mit spannenden Farben, die für alle Hauttypen funktionieren. Das ist sehr, sehr, sehr selten in der Drogerie, deswegen dafür schon mal einen dicken, fetten Applaus. Wir haben viele Nagellacke, viele Lippenstifte und eine wunderschöne Lidschattenpalette. Und deswegen probieren wir das Ganze einmal aus. Ganz wichtig, ich habe ein paar Lippenstifte schon getestet und in der Lidschattenpalette nur eine Farbe an meinem Auge benutzt, weil ich typisch, also mein Job ist Beauty-YouTube. Und wenn ich auf einen Beauty-Brand-Trip fliege, was vergesse ich? Lidschattenpinseln. Guess what? Also wird es ein First Impression der Lidschattenpalette, da bin ich sehr gespannt drauf. Zu Priyanka, ganz kurz, falls ihr sie nicht kennt, sie ist eine Bollywood-Schauspielerin gewesen. Sie war erst, glaube ich, Miss India, dann Miss World, hat sämtliche Bollywood-Filme gemacht, war bei Tiger King, glaube ich, auch mit dabei und hat einen der Jonas Brothers geheiratet und ist wirklich eine wunderschöne Frau. Manchmal denkt man ja so, okay, bei diesen Hollywood-Stars, die sind, und die versprühen so eine negative Aura, so. Du bist so eingeschüchtert von denen. Ganz ehrlich, sie steht da, sie füllt diesen Raum und du fühlst dich irgendwie so zu ihr hingezogen. Nicht auf eine creepy Art, aber sondern so, wow, du bist so schön, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Und sie fand mein Make-up auch schön. Da habe ich mich sehr gefreut. Nichtsdestotrotz wollen wir gar nicht so viel quatschen über Priyanka und meine Obsession mit ihr, seitdem ich sie getroffen habe. Aber ich dachte mir, so ein kleines Bildchen, das muss schon sein. Sie hat Nagellack herausgebracht, sehr, 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 sehr viele. Wir haben beispielsweise die Farbe Radiant Rose. Das ist so ein etwas nudigerer Ton mit silbernem Schimmer mit drin. Geht so ein bisschen in die Permut-Richtung. Es gibt einen silbernen Nagellack, der hat wirklich etwas größere Glitzerpartikel mit drin und geht in die grünlich-silber Richtung. Die Nagellacke sind made in Spain, also in Europa. Und das sieht super, sieht schön aus. Es gab noch eine Farbe, die liebt meine Oma. Ich habe meiner Oma einen schon mitgegeben. Ab sofort wisst ihr, ich kann jetzt Nagellacke bewerten. Ich gebe meiner Oma immer einen Nagellack. Die trägt den sofort auf. Am besten noch im Restaurant oder wo auch immer sie ist. Und dann sagt sie mir schon, ja, ja, Kindchen, das ist was, das ist was Gutes. Den mag sie sehr, sehr gerne, weil das so ein etwas kühlerer, hellerer New-Ton ist. Es gibt natürlich aber auch einen blauen Ton und den finde ich persönlich super schön. Also das ist so mein Ding. Auch der hat so ein paar gröbere silberne und hellblaue Glitzerartikel mit drin. Starry Night. Und dann wird es ein bisschen lauter. Und zwar haben wir hier Bold Rosewood, ein dunkles Rot. Geht so ein bisschen in die Rotwein-Richtung. Und ein Hot Red Daring Cherry. Und diese Farben, die wir hier haben, wiederholen sich in der Palette und in den Lippenstiften. Ich persönlich habe jetzt keine Erfahrung mit den Nagellacken. Ich wollte es euch einfach nur der Vollständigkeit halber mal gezeigt haben. Weil ich glaube, dass das für einige von euch was ganz Spannendes sein kann. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten. Ich habe euch gleich ein Stückchen näher geholt, weil ich möchte jetzt anfangen. Es gibt nämlich Lippenstifte. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ganz, ganz wichtig. In diesem Video wird es eine Verlosung für euch geben. Also bleibt aufmerksam bis zum Ende dran. Denn ich verrate euch später, was ihr tun müsst, damit ihr ein komplettes Produktpaket bekommen könnt. Es gibt 5 Lippenstifte und meine Farbe, die ich schon getragen habe auf dem Event, die lag nämlich schon auf dem Zimmer, war die Farbe Kaffee Latte. Das ist so ein etwas roséfarbener Newton. Ich swatch ihn euch einmal kurz hier hin, dass ihr den sehen könnt. Der sah wirklich, wirklich schön auf den Lippen aus. Ich hatte einen braunen Lip Liner dazu kombiniert und das war phänomenal. Geht so ein bisschen, ein bisschen in die Bellow Talk Richtung. Meine Mama ist obsessed mit der nächsten Farbe. Auch die hat nämlich schon einen bekommen. Ich probiere euch mehrere Reviews zu geben von anderen Leuten, unabhängig von mir. Und das ist die Farbe meiner Mama. Wisst ihr, pinke Lippenstifte ist das Ding meiner Mutter. Das ist die Farbe Wild Flamingo und das ist ein Hot, Hot Pink. Und ich zeige euch vielleicht in diesem Video sogar noch, wie ihr so ein Hot Pink kombinieren könnt. Weil ich glaube, dass viele Angst haben vor Pink, wenn ihr eine hellere Haut habt. Ihr könnt Pink aber tragen. Das ist ein wunderschöner Ton. Das ist ein Hot Pink. Wir haben einen lila Ton. Der geht so ein bisschen in lila. Das ist die Farbe Blooming Orchid. Ein sehr, sehr schöner, dunkler Ton. Schau dir bitte diese Farben an. Das macht halt Lust auf Frühling, ne? Und die riechen ganz, 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 ganz leicht. Also kaum wahrnehmbar. Sind sehr, sehr zart von der Textur her. Aber gut pigmentiert. Also das ist kein Liquid Lipstick. Das ist kein Matter Lippenstift. Sondern das ist ein klassischer Max Factor Lippenstift. Der hält gut, aber der ist halt sehr feuchtigkeitsspendend. So ein bisschen, als hättest du so einen Hauch. Einen ganz feinen Hauch Gloss drauf gemacht. Wir haben die Farbe Fresh Rose. Der geht so ein bisschen in die Backsteinrichtung. Und das ist eine wunderschöne Farbe. Auch in Kombination mit allen Farben. Wenn du den lilanen Ton beispielsweise als Lip Liner benutzt. Und dann den Fresh Rose als Zentrumfarbe nimmst. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Pink. Wir spielen heute mit Make-Up. Wir haben die Farbe Intense Flame. Und das ist so ein klassischer Max Factor Rotton. Schaut euch bitte diese Farbe an. Und diese Farbe hatte Priyanka auch drauf. Und das ist auch ihre liebste Farbe aus der Kollektion. Weil das so ein krasser, intensiver Rotton ist. Mit einem sehr, sehr starken Blauanteil. Der wird eure Zähne extrem weiß machen. Sehr, sehr schön. Das sind die fünf Farben. Ich dachte, es gab noch eine andere. Aber da habe ich mich gerade vorguckt. Wunderschöne Farbkollektion. Was ich jetzt unbedingt machen möchte. Und das habe ich auch dort schon gemacht. Ich habe die als Blushes benutzt. Ihr wisst es, ich liebe es. Lippenstifte als Blushes zweck zu empfremden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Die sind fliegen. Die sind optisch so ein bisschen glossy auf der Haut. Und sehen sehr natürlich aus. Und dafür benutze ich heute die Farbe Blooming Orchid. Diesen lilanen Ton. Weil ich glaube, dass man das sehr, sehr schön kombinieren kann. Erstmal super pigmentiert. Und dann nehme ich mir einfach so einen kleinen Brush. Und arbeite die Farbe schön in den Pinsel ein. Dass ich das nicht so punktuell auf einem Fleck habe. Bei so dunklen Farben und meiner etwas helleren Haut ist das natürlich immer ein bisschen aufregend. Und dann stippe ich einfach erstmal nur hier rauf. Boom. Und arbeite mir den Ton auch schon mal so ein bisschen hier hin. Und dann ganz leicht nach vorne. Das ist jetzt extrem viel. Ich habe aber auch noch keinen Concealer mit drauf. Ich will euch natürlich aber einfach nochmal die Farben zeigen, was man damit machen kann. Sehr, sehr schöner Ton. Und auf der Haut sieht er dann auch nicht mehr so lila Farben aus. Und ich glaube, je dunkler eure Haut ist, desto schöner sieht er auch noch auf euren Wangen aus. Ansonsten könnte man natürlich auch diesen Hot Pink Ton nehmen. Nehme ich noch ein bisschen hier. Und setze ihn hier vorne ein bisschen näher an die Augen. Und dann kommt gleich Concealer rüber. Aber ihr seht sofort auf der Haut diesen Reflex. Lieben wir sehr. Ist eigentlich so schön, look. Ist sehr avantgarde. Wir lassen den Concealer wirklich mal ein paar Minuten ansetzen, dass wir eine schöne, starke Deckkraft haben. Und in der Zwischenzeit trage ich doch einfach schon mal einen Lippenstift auf, dass ihr die Farben auch auf den Lippen nochmal sehen könnt. Dafür benutze ich jetzt als erstes die Farbe Intense Flame. Das ist dieser Hot Red Ton. Ist ein Look, ne? Der Concealer und den pinken Blush. Super deckend. Super satt. Und die Zähne strahlen weiß. Das ist wirklich so ein Marilyn Monroe Rot. Wisst ihr, was ich meine? Max Faktor hat ja auch Make-up für Marilyn Monroe gemacht. Und ich glaube sogar der Lippenstift von ihr war von Max Faktor. Das geht wirklich so in die Farbe. Auch das ist eine Farbe, die kannst du bei allen Hautfarben tragen. Und ich wiederhole mich. Aber das ist halt das Ziel der Kollektion gewesen. Gerade bei den Lippenstiften war es wirklich ihr wichtig. Sie hat natürlich ein bisschen was darüber erzählt in der Farbgebung. Und sie hat sich mit ihren Freundinnen zusammengesetzt. Und das war das Ziel, dass das bei allen gut aussah. Sieht auch schön aus, wenn man den Lippenstift weg macht. Dann ist die Lippe noch so ein bisschen rot. Ich möchte aber noch hier Blooming Orchid benutzen. Diesen lilanen Ton. Wunderschön. Ist so ein lila, auch mit einem Blauanteil. Dadurch passt er natürlich ein bisschen besser. Macht auch hier die Zähne schön weiß. Aber der hat so einen leichten rosanen Unterton noch mit drin. Der ein bisschen natürlicher aussieht. Ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr viel, was ihr auf einmal auf meiner Haut seht. Also vertraut mir, das bleibt jetzt nicht so. Aber ich will ihn euch einfach zeigen. Er ist sehr, sehr weich auf den Lippen. Er schmilzt sehr schnell an. Also ihr seht das. Wenn du mit Wärme in Kontakt kommst, gibt er recht schnell Farbe ab. Die Spitze ist sehr gut. Fühlt sich gut an. Meine Lippen fühlen sich nicht trocken an. Fühlen sich nicht gereizt an. Mag ich. Alright, Freunde. Wir blenden den Concealer einmal aus. Dafür nehme ich einfach das Schwämmchen. Gehe hier so ein bisschen lang. Und dann ist der Blush auch nicht mehr so intensiv. Auf die Lidschattenpalette bin ich tatsächlich sehr gespannt. Weil ich da, wie gesagt, einfach noch gar keine Erfahrung hatte. Ich habe mich auf dem Event auch nicht getraut, das zu watchen. Weil es war ein internationales Event. Also ich war... Wir waren, glaube ich, nur drei oder vier deutsche Creatorinnen und Creator mit mir. Und der Rest war international. Es waren welche aus Italien da. Es waren, glaube ich, welche aus Polen da. Aus Spanien. Also aus allen Ländern Europas verteilt. Und natürlich Priyanka mit ihrem Team. Es war ein wunderschönes Event. Es war sehr persönlich. Es waren vielleicht 50 Leute da. Und das war sehr, sehr intim. Hat super viel Spaß gemacht. Ich habe euch ja zwischendurch so ein paar Bilder eingeblendet, dass ihr so einen guten Eindruck davon bekommen könnt. Ich fixiere das Ganze einmal ganz kurz. Ich benutze heute hier das hier mal. Gute Cody Airspun unter den Augen. Der Duft da, Leute, da kriegst du mich mit. Und jetzt sieht der Blush auch nicht mehr so intensiv aus. Ganz leicht hier über die Augen. Und wir können endlich die Palette benutzen. In der Palette sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Farben mit drin. Hier ist auch so ein kleiner Applikator mit drin. Wenn meine Meinung zu Applikatoren kennt ihr, ist jetzt aber in Ordnung. Für Schimmertöne sind die gar nicht so schlecht. Wir haben Pinsel zu Hause. Wenn du keine Pinsel hast, das war meine Rettung auf dem Event. Weil ich damit meinen Inner Corner Platz ziehen konnte. Ich starte heute mit dem, ja, so ein bisschen Backstein-Ton. Auch hier, die Farbe wiederholt sich so ein bisschen in den Lidschatten, äh, in den Lippenstiften. Klopfe ab und lade den Pinsel erst mal gut voll. Und das setze ich mir dann hier hin. Uh, hab die Base so halbwegs gesettet gehabt mit ein bisschen von dem Puder. Und probier mir jetzt die Farbe hier einfach sehr punktuell hinzusetzen und kann die dann gleich ausblenden. Das Ding ist, und ich glaube, was man mit der Palette sehr, sehr gut machen kann, weil du natürlich auch ein paar Schimmertöne hast, drei Matte sind dabei und fünf Schimmertöne sind drin, dass du die sehr ebenmäßig benutzen kannst. Also, dass du beispielsweise wirklich nur einen Ton, einen blauen Ton oder einen pinken Ton oder einen goldenen Ton komplett auf dein bewegliches Lid gibst und es dann nur so ein bisschen ausschattierst. Ich mache jetzt typisches YouTube-Make-up, einfach um zu zeigen, wie die Farben performen. Ich glaube aber, dass das eine Palette sein kann mit ein paar versatileren Farben für den Alltag, die es so ein bisschen einfacher machen, verschiedene Looks zu schminken. Ich nehme einen sauberen Pinsel, der ist nur eingefärbt, und blende die Farbe hier oben einmal aus, weil das jetzt auch meine hellste Farb wird. Hier ist auch noch so ein Grauton mit drin. Was ich damit schon gemacht habe, ist, ich habe die Farbe benutzt, wenn ich kein Lidschatten getragen habe, um mein Auge zu schattieren. Also, wenn ich Full-Coverage-Make-up trage, dann ist auch mein Lid natürlich immer so ein bisschen besetzt mit Foundation und das sieht dann manchmal sehr flach auf dem Auge aus und dadurch, dass das so ein sehr, sehr kühler Ton ist, könnte man vielleicht auch als Contouring benutzen. Die Farbe lässt sich sehr, sehr gut ausblenden, ist sehr pigmentiert. Mag ich gerne. Ich will euch gleich nochmal ein Stückchen näher, dass ihr alles auch gut erkennen könnt. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Farbe und blende hier hinten etwas höher. Ist halt schon eine krasse Farbe, ne? Nice. Okay, das funktioniert sehr, sehr gut. Machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Tatsache, habe ich euch neulich ja schon erzählt, mir ist der größte Fauxpas meines Lebens auf diesem Brandtrip passiert, dass ich mir was zu essen bestellt habe und das größte Fass aufgemacht wurde für mich und das war mir so unangenehm. Das werde ich mir nie verzeihen. Alle haben gelacht. Niemand fand es hoffentlich, die es mir gesagt haben, unverschämt. Aber es war so, ich wäre am liebsten in diesem Hotel versunken und nie wieder aus meinem Zimmer gekommen. Und es war eine echt krasse Reise, ne? Also ich bin morgens um halb drei aufgestanden hier, bin zum Flughafen gefahren. Abflug war um 6.10 Uhr. Ich war um Ortzeit 7.20 Uhr in London, bin vom City Airport, das ist auf dem Wasser, dieser Flughafen, dann zum Hotel und im Hotel ging es dann sofort los. Frühstück, Sightseeing, umziehen, schminken. Dann hat es aber geregnet, dann mussten wir uns alle nochmal neu fertig machen. Dann war abends das Event, wir waren erst um 2, glaube ich, im Bett und am nächsten Tag um 9 Uhr oder 10 Uhr mussten wir schon auschecken. Mein Flug ging aber erst um 15 Uhr und ich bin dann den ganzen Tag mit Esther durch London geschlendert und hatte wirklich eine wunderschöne Zeit. Ich war kurz davor zu weinen, als ich am Flughafen saß, zurück. Und ich weine nicht so oft, ne? Also ich bin so ein, das hat mich so mitgenommen, diese Reise so emotional, weil ich das halt noch nie erlebt habe und so viel Dankbarkeit versprüht habe und nicht nur gegenüber Max Factor, sondern auch gegen euch, dass ich euch das zeigen kann und ihr seid ja dafür verantwortlich, ne? Und das war schon krass und ich wollte gar nicht nach Hause. Ich habe die Farbe einmal ausgeblendet und wir verdunkeln uns das Ganze mit diesem Rotton. Der ist ein bisschen cremiger, also es sind tatsache auch nicht alles die gleichen Texturen, wenn du reingehst. Hier ist das Ganze ein bisschen intensiver und die Farbe, also ein bisschen weicher und die Farbe setze ich mir hier außen hin und hier vorne. Ich möchte mal ein Halo-Ei schmecken. Ich will nicht immer Cut-Crease haben. Schöne Farbe, passt gut dazu. Hätte für meinen Geschmack tatsächlich noch ein Stückchen dunkler sein können. Auch hier, das ist halt so ein Monochroma-Look, glaube ich, den man gut machen kann. Ich bin immer verwirrt, weil ich denke, hier ist ein Spiegel drin. Sehr, sehr cremig auf dem Auge. Ich nehme jetzt nochmal einen Pinsel und blende hier ganz leicht rüber. Und dann könnte man sich die Farbe sogar noch ein Stückchen aufbauen. Also theoretisch würde das sogar schon reichen. Du musst ja jetzt nicht so noch ein dunkles Braun. Ich gehe noch ein bisschen hier rein, um es hier rüber zu blenden. Die Farbe ist pigmentiert, aber trotzdem zart. Das ist ganz, ganz spannend, die Textur zu beschreiben. Ich habe tatsache, glaube ich, auch noch nie Max Factor Lidschatten benutzt. Deswegen ist das jetzt für mich gerade mal so eine Erfahrung. Farbe ist drauf, Farbe ist schön und ich will jetzt, es tut mir leid, ich muss jetzt mit meinem Finger hier in diesen pinken Ton gehen. Der ist butter, butter weich. Und den setze ich mir hier rüber, so als Base Color. Nehme mir den Pinsel wieder und gehe jetzt hier in das Gold. Klappe ab und setze mir das punktuell hier mit rüber. Einfach, oh ja krass, das sieht aus wie ein Sonnenuntergang. Boom, nice. Das Blau, ich swatch euch jetzt nochmal kurz die Farben, die ich nicht benutzt habe. Das Blau ist halt dieselbe Farbe wie der Nagellack, ne? Sie hatte, glaube ich, die Farbe als Liner drauf auf dem Event, ich weiß es gar nicht mehr. Oder am unteren Wimpernkranz. Oh, nehmen wir die Farbe am unteren Wimpernkranz, weil das ist nicht so ein richtiger Schimmerton. Der ist so semi-matt, das heißt, du kannst den auch als Blendefarbe benutzen. Wir machen den jetzt an den unteren Wimpernkranz. Das könnte krass werden, könnte vielleicht nicht so passend sein. Aber das ist mir gerade tatsächlich völlig egal, weil ich alle Farben ausprobieren will. Dafür nehme ich einen sehr, sehr flachen Pinsel und arbeite mir die Farbe auch wieder in den Pinsel rein. Die ist ein bisschen lockerer gepresst und die setze ich mir direkt an den Wimpernkranz. Nicht zu weit runter. Wirklich spannend. Also ich habe, wie gesagt, noch nie Max Factor Lidschatten benutzt. Das ist wie so ein Gel-Lidschatten. Setze ich mir gleich so ein bisschen auf die Wasserlinie. Kennt ihr noch die Peach-Palette von Kylie? So in die Richtung geht es ganz leicht. Nice, nice, nice. Als Inner Corner Highlight nehme ich den hellsten Ton hier. Den setze ich mir einfach punktuell hier rein. Den hatte ich tatsache auch auf dem Event schon genutzt. Ein schöner Elfenbeinton. Bisschen unter die Brauer. Slay. Ich habe noch ein bisschen Mascara aufgetragen. Prinzipiell würden dazu, glaube ich, auch Lashes gut aussehen. Ich will jetzt aber nicht zu viel machen, weil ich glaube, die Lippe wird gleich schon ein Kracher. Deswegen umrande ich sie mir einmal. Sieht auch schon krass aus. Nur mit dem Rest auf den Lippen und gehe mit der Farbe Kaffee Latte. Und durch diesen leichten pinken Unterton, den ich noch drunter hatte, den könnt ihr natürlich auch faken, indem ihr einfach ein bisschen pink mit reinmischt, habe ich eine sehr erwachsene, nudige Lippe. Freunde, das ist ein wunderschöner Look. Er ist laut, aber er ist erschreitlich. Er erhebt nur seine Stimme ein bisschen. Denn ich liebe die Lippenkombination. Ich liebe dieses Blau an der Wasserlinie. Und ich glaube, dass man damit wirklich wunderschöne Looks machen kann. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Auch als Blush schon die Lippenstifte gut funktioniert. Ich hätte mir vielleicht noch eine dunklere Farbe in der Palette vielleicht gewünscht. Vielleicht so ein Schwarz, um es noch ein bisschen smokiger zu machen. Ansonsten, top. Lippenstifte, große, große Empfehlung, wenn ihr wirklich mal auf was anderes steht, wenn ihr was anderes probieren wollt. Probiert die Sachen aus. Sie sollten jetzt in den nächsten Tagen in die Drogerie kommen. Große Empfehlung von mir. Vielen, vielen Dank an Max Faktor für die Produkte. Und jetzt verrate ich euch auch noch, wie ihr die Produkte gewinnen könnt. Ihr habt in dem Video ein paar Emojis gezählt. Hoffentlich, wenn nicht, schaut nochmal durch. In diesem Video waren Emojis versteckt. Und wenn ihr die Anzahl der Emojis in die Kommentare schreibt, mit einem netten Kommentar, einem kleinen Grußwort, dann könnt ihr ein Paket hier bei YouTube gewinnen. Das Ganze wird auch nochmal auf TikTok und auf Instagram passieren. Das heißt, ich habe drei Pakete bekommen, die ich euch geben werde mit den Produkten. Deswegen seid fleißig am Emojis zählen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.